Hallo Leute und Willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Knight So beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben bei den Kobras Und ja ich würde mal sagen Dass wir doch mal gucken wie wir uns jetzt an dem vorbeischleichen am besten So wir haben sieben Stück vor uns plus in einem komischen Wagen Ja und die Batterien sind gleich leer Okay gut zu wissen Gut Wartet mal Da oben ja okay Okay ich muss weg Ich bin weg Aber dann gehen wir direkt zu unseren ersten Ich Oh nein Nein Ja da hast du recht Arkham Knight Ja wenn du meinst Wenn du meinst Arkham Knight Dann beweis es mir Aber lass deine scheißigen Kobras in Ruhe Oh wie wir diese bloß diese Drecksdinger ausgeschaltet bekommen Dann bin ich schon wieder So mal gucken wenn wir hier Okay der fährt genau in eine gute Richtung für uns Oh war ja klar Oh da haben sich die Entwickler aber echt was Kniffliges einfallen lassen Ja klar wenn die Also das ist wie eine Sache an Videospielen manchmal Die muss doch nicht wirklich sein oder Leute Die muss doch einfach nicht sein Die muss doch einfach nicht sein Dass sie alle auf einen Haufen hocken Also das kann man auch anders irgendwie klären Ja aber so ist das Spiel nun mal Leute Na gut So mal gucken So jetzt krieg ich schon mal den ersten hoffentlich Dreh dich jetzt nicht Dreh dich nicht jetzt Komm los 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 Schön für dich Schön für dich Aber ich hab den ersten von sieben erledigt Schon mal Hey Gut, gut Es ist jetzt nur die Frage wie komm ich da wieder hoch Okay, da ist einer Japp, das ist jetzt scheiße Das ist absolute scheiße Okay, wir müssen wieder hier rein Oh ne jetzt Wenn das jetzt wirklich wahr ist Was ich grad denke Nehmt mich doch auf den Arm Ja gut, sie haben mich auf den Arm genommen Mann, was für ein Katze-Maus-Spiel Leute Da ist schon wieder einer von denen Und da oben fährt schon wieder einer runter Da hast du